Ahoi Leute und willkommen zum nächsten Mal vom M-Projekt, äh, gestern hat Fischl ja aufgenommen, wie wir angeln, schnell, nein, da hab ich geangelt, was hast du gemacht, Clay gefarmt, irgendwie so? Ich hab auch geangelt und mein Spiel hängt gerade deshalb auch nochmal ein herzliches Moin Moin von mir, mein Spiel hängt immer noch, was ist denn los? Oh, ich hab das, ich sag im Hintergrund auf. Äh, ja, er hat geangelt und danach ist er Clayfarm gegangen und dann, äh, wenn ich noch kurz zu die Mine, weil ich hab ziemlich viel Level gehabt, dann hab ich noch Diamanten gefunden und hab mir Diamant Equip gemacht. Herzlich willkommen zurück, diesmal mit Aufnahme halbwegs flüssig, hoffe ich mal. Äh, ja, ich hab die Render Distance wieder sehr weit runtergeschraubt. Ich stell sie mal wieder ein bisschen hoch. Äh, wie macht man Kolben, weißt du das? Ja. Ja. Wollte die mir das verraten? Wie viele brauchst du? Also, du machst, ähm, links und rechts die zwei unteren, ähm, Cobblestone, unten in der Mitte Redstone, ähm, in der Mitte Eisen und obendrauf Holz. Korrekt. Halbwegs gut erklärt? Bin ich recht. Jo, war genau. Gut. Äh, da soll Redstone hin, da sollte Stein hin, hier drei, drei Eisen oder? Ein Eisen. Ein Eisen in der Mitte. Naja, gut, wenn du mehrere bauen willst, kannst du gleich mehrere rein. Also, oben, wie viel Holz? Drei. Drei. Da unter ein Eisenblock oder einen Eisenbarren? Ein Eisenbarren. Die drei Holz musst du in der Reihe machen, das ist dir hoffentlich klar. Ja, ich hab oben, also, ich hab in einer Reihe jetzt drei Holzbretter, dann ein Eisenbarren und dann, äh, zwei Hochsteine und in der Mitte ein Redstone unten. Ja. Das mit dem Eisen und dem Redstone kann vertauscht sein. Nein, man muss einfach nur, ne, das mit dem Eisen in der Mitte ein Redstone oben. Äh, man muss das mit dem Eisen noch, äh, links und rechts einen, äh, Steinblock setzen. Ja. Hab ich gesagt. Nein, bloß gesagt, ich muss das, äh, nur bei den Redstone machen, beziehungsweise so hab ich's verstanden. Nee. Wie brauch ich denn? Gitter, egal, ob da was ist. Ähm, ich geh mal Schweine auslöschen, okay? Ich brauch ein bisschen Fleisch. Nein. Brauchst du Sticky Pistons oder normale? Normale. Äh, dort hört es keine Schweine. Warum nicht? Weil das erstens meine Aufgabe ist und zweitens, ich will die noch weiter hochziehen. Weil ich will die, dann ist die... Ja, tschüss, ist mir egal. Was? Ja, du hast mal gesagt. Was brauchst du Schweinefleisch, wir haben doch genug. Wir müssen gar nicht rumdiskutieren damit, darum. Ich hab gar nicht so viel Zeit, ich hab eigentlich was zu tun. Ähm, denn ich werd heute mal ein bisschen die Stadt fixen. Zumindest in diesem Part. Und dann am nächsten Mal wieder... Effektiv nichts tun. Nein, ich werde am nächsten Part vielleicht mal wieder was tun. Was wichtiges. Ich werd wahrscheinlich in den Nähtagier ein bisschen Gloustone fahren. Es ist übrigens Nacht. Ähm. Oh, das ist da. Schade. Dafür brauch ich das. 320, ich hoff's am... Was zur Hölle? Ich hasse diese scheiß Tür auf dem Server. Hast du das auch mal, ob du da reingehst und dann drum wachst? Ja, genau. Mal, halt. Ähm, können wir schlafen gehen? Ja, wenn wir noch im Weg. Ich liege. Liege. Ich liege jetzt auch. Oh, haha. Das tut mir. Redstone muss ich auch noch mitnehmen, stimmt. So, erstmal in Freddys Haus einbrechen. Warum? Warum nicht? Weil da vorne ein Skelett ist, ein verzauberter Rüster. Ach du Scheiße. Geh nicht zu Freddys Haus, da sind vier Creeper davor. Ich bin in Freddys Haus. Da waren keine Creeper vor. Achso, dann geh ich raus. Da waren eben zwei. Drei. Kein nur Sinn. Ich fixe jetzt gerade Freddys Dach. Oh, ich meine auch Kirschis Haus, Entschuldigung. Ach, das ist ja egal. Ich muss sich sowieso gerade drücken. Kirschi hat es auch gesagt. Achso, vor Kirschis. Okay, sorry. So, und dann brauchen wir mal wieder Clay. Da muss ich wieder ein Speedpart für machen. Guck mal, man kann noch einen Speedpart nach dem nächsten bei mir. Dann brauche ich noch... Jörg, hier sind deine Steine. Und die wird dann mit. Ich brauche die nicht mehr. Da. Okay. So, ich brauche Sand. Sand, Sand, Sand da unten. Aua. Redstone. Dann habe ich nur einen Block. Okay, jetzt habe ich zwei. Wo du gelegt hast nicht. Und ich brauche zwei Knöpfe. So, was wollte ich noch fixen? Das Bauernhaus ist gefixt. Das Haus hier ist gefixt. Mein Haus muss sowieso noch viel dran gemacht werden. Da fixe ich jetzt nichts dran. Ähm, ich werde jetzt auch in meinem Garten ein bisschen was dealen. Oh Gott. Mh. 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 Man könnte... Hä, was zur Hölle? Was laget irgendwie gerade so extrem bei mir? Bei mir überhaupt nicht. Ja, wenn ich irgendwas aus Sachen rausnehme, dann... Äh. Weckt das immer. Äh, ich brauche Oakwood. Dafür brauche ich Oakleafs. Wie macht man da einen Knöpfe? Ach, ein Knopf ist... Ach so, macht man einen Knopf. Ein Knopf ist einfach nur ein Holz. Oder ein Stein. Na, ein Stein sieht hübscher aus. Kommt doch, wann du es dann machen willst. Wo soll ich die Kaktusfarben hinbauen? Deine Sache, ne? Also ich hab da jetzt keine Worte. Wobei den Farben, ne? Ja. So, dann kommt da zwei Dirt hin. Hier wird gebaut. Okay. Dann kommt hier... Es sieht übrigens extrem super aus, wenn man irgendwie mit so dem Futter in einem Gehege steht. Dann gucken einige Tiere meistens an. So alle. Okay. Also kann man auch ziemlich leicht Level aufsteigen. Scheiße, man sah es viele. Ja, das ist schön. So, wo bauen wir jetzt hier eine Tür hin? Da bauen wir eine Tür hin. Und... Ne, das sieht doof aus. Dann brauche ich die mal... zur Höhe hier. Ich hab natürlich nichts dabei. Äh, ich muss erstmal mein Inventar wieder aussortieren. So, was sollte ich vor dem Part machen? Wäre ne Idee. Ich mein, das sind wirklich so Sachen, die will ich offscreen machen. Nicht unbedingt was Wichtiges, aber... Inventar aussortieren. Wo kommt noch mal Papier rein? Verschiedenes. Ja, Verschiedenes war das. Jörg, hast du jetzt eigentlich die Schneeaktion gemacht? Nein. Gut. Ich hab's gerade gemacht. Haben wir zwei Kürbisse irgendwo? Zwei Kürben? Kürbisse habe ich alle verbraucht, kannst aber neu abbauen. Ich glaube, alle habe ich verbraucht, aber auf dem Feld sind bestimmt schon neue. Ich bin noch unter mir auf dem Feld, aber welche? Fisch kommt zu Essen, aber den kann ich erstmal in den Ofen schmeißen. Was ist das hier? Das ist Stein. Das hier ist nichts. Das hier ist Stein. Das ist nichts. Okay, dann kommt der eine da rein. Gut, dass in beiden Öfen keine Kohle mehr ist. Doch, in dem einen ist noch welche. Dann habe ich Ink-Sack gekriegt. Das kommt zu Farben. Schwarzpulver. Eimer. Ich stoße Bier auf. Nein. Okay, ich muss gleich mal ganz kurz aufklären. Bis gleich. Bis gleich. So, meine Aufnahme läuft jetzt auch wieder. Und ich sorge jetzt mal jetzt, ich komme zurück. Ich war gerade beim Aussortieren. Ich hasse es, wenn man bei sowas gestört wird. Ich habe noch ein Ohr dabei. Das schmissen wir da rein. Dann habe ich noch Schnee dabei. Den brauche ich jetzt. Fens brauche ich gerade erstmal nicht. Danke. Cool in Ordnung. Iron Ohr. Das kann ich mir kurz beraten. Oh, der Fisch ist fertig gebraten. Toll. Die Kohle sind natürlich verbraucht. Ich habe jetzt die Errungenschaft mit dem Fisch gekriegt. Weil ich noch nie vorher einen Fisch gebacken habe. Läuft bei dir. Ja. Läuft hier auch nicht. Oh, ich habe meine Leine auftaschen. Jetzt liegen hier wieder drei Leinen drin. Federn. Oh, ich muss auf den Klo. Ich hätte es mal vielleicht gleich machen müssen. Eine Fishing Road. Die kommt nicht zu offen. Die kommt zu Werkzeuge. Oh, meine Maus. Chests. Die kommen zu Baumaterial. Das kann ich brauchen. Das kann ich brauchen. Bett schadet nie. Schnee brauche ich jetzt. Das brauche ich auch. Und dann wollen wir noch ein bisschen. Oh, ich habe der Steinkisten gemacht. Ja, die hat... Ich meine es ja, dass... Wir gar keinen Stein mehr haben und Jörg mehr fahren sollte. Aber eigentlich war in der Kiste der ganze Stein drin. Weil Jörg hat sich gemerkt, dass die Steinkisten werden sollten. Aber wir ja nicht. Ich wusste auch noch, dass es die Kiste ist. Aber die ist fast leer. Also, naja, geht so. Zwei reinfehlen halt. Und in dem... Was wir hier drin aktuell auch ziemlich viel. Ja, das hast du dann ja auch gesagt. So, das funktioniert schon mal wie es war. Ja, ich wollte erst mal einen Kürbis fahren. Einen. Mach doch gleich zwei Schneemännchen rein. Könnte ich auch mal. Ein im Keller, ein auf dem Dach und ein in der Mitte. Ne, da habe ich auch richtig gehört. Was? Schmelzen die nicht? Ja, die sind doch einfach einfach weg. Nein, die ziehen einfach nur Schneespuren in das Haus. Oh, diese Mann. Nein, die schmelzen doch auch im warmen Biom. Doch, die sterben euch. Die kriegen Schaden im warmen Biom. Doch, in der Sonne glaube ich ja, beim Haus glaube ich nicht. Seit welcher Version das denn? Ich weiß nicht mehr. Seit der sie eingeführt wurden, haben sie schon immer Schaden bekommen. Ziehen sie auch nicht überall Schnee hinter sich her. Also ich habe bisher... Aber du kannst sie ja sogar in die Hünne sporen. Ja, eben. Du kannst sie ja sogar in die Hünne sporen. Mach mal Schaden rein, oder so. Mach mal Schaden rein, dann ist gut. Äh, gut, dann... Das ist so eine Erinnerung, dass sie immer Schaden haben, also dass sie immer Schaden bekommen. Habe ich noch nie von gehört. Habe ich auch noch nie gesehen. Sorry. Also ich hatte schon ein paar Schneemänner irgendwo in meinen Welten rumlaufen. Und die haben noch nie Schaden gekriegt. Ich setze jetzt erstmal zwei in den Tischis aus. Ich schreibe ihn auch glücklich. Ich kann mich nicht mehr anschreiben. Ähm... Freddy, wärst du so nett und schreibst ihn nachher irgendwann mal an, wann er soweit ist mit Empire, was? Was? Nee. Danke. Du meinst, wärst du so nett? Ich bin ja aber nicht so nett. Weißt du doch. So, dann... Schaden wir hier oben eine hin und dann das so... Nicht so. So, schämen... Es soll jetzt schon nicht... Wenn du das schon wieder machst. Dumme Fackel. Ähm... Und das setzen, damit das richt... Das... AAH! Könntest du bitte auf ihm mein Ohr zu schreien? Danke. Nee, das mach ich weiter. Gut, deabonniert. Ciao. Nein, 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 nein. Geh... Die sind beide rausgelaufen. Was, beide? Beide Schneemänner sind rausgelaufen. Aus seinem Haus. Hm. Gehst du bitte wieder da rein? Mach die tot! Die haben schon alles vollgeschnit. Ja, geil. Dann geht wieder rein, du Dora. Okay. Tschüss, Schneemann. Okay, der erst ist tot. Ja, ich muss kurz die Schneemänner töten gehen. Du, Tommy, wo hast du denn die Schaubel her? Ich muss kurz die Schneemänner töten gehen. Das hat ja super geklappt, ey. So, dann geh ich jetzt auch mal mit so nach Bett. Schneemänner sind tot. Die haben genauso viel Schnee gedroppt, wie ich ihnen gegeben hab. Ich erinnere mich. Ja, kannst du nochmal neu machen. Ja, werde ich auch gleich. Gut, ich liege auch. Jetzt war nochmal eine kurze Aufnahme. Pause, ich geh mal kurz auf Klo. Bis gleich. Bis gleich. Ahoi, Leute, und willkommen zum nächsten Part. Wir bauen jetzt das Teil hier weiter. Ich hab ja viel zu viel Müll. Ja, bei mir sind wir noch der gleiche Part. Ja, bei mir ist das schon abgelaufen. Man sollte mir Inventarplätze haben. Also so schnell-Leicht-Plätze, das wär super. Sag mir eben jetzt Kirschi Bescheid. Mach mal. Mach du mal. Ich nehm grad auf. Ja, ich auch. Ja, wie soll ich ihm da Bescheid sagen? Du machst doch eh schon gefedert ein paar Part. Mit deinen ganzen Pausen drin. Ja, aber ich hab keinen Skype an. Ich still auch nicht mehr eine Pause mehr. Ich hab aber keinen Skype an. Dann mach's an. Wenn wir das spielen wieder. Dann schreib ihm per WhatsApp. Ja, was er ja auch immer liest. Ja. Dann krieg andere Leute auch, die das sehr gerne nicht lesen. Weiß nicht, wen du meinst. Ich auch nicht. Gut. Dieser fucking Schubmann, Alter. Ich kotze. Dieser dreckige Wichser. Wie hab ich das da gebaut? Ähm. Nicht. Ich wusste keine Ahnung, wie ich das gemacht hab. Block und einen halben Block sind drüber. Und da der Abstand kleiner ist. Boah, dieser Fick. Schnee, meine Alter. Was denn? Ja, ich brauch grad tonnenweise Schnee ab, weil die mir alle die ganze Landschaft zuge... Ja, toll. Es laget so sehr, dass ich den Schnee nicht abfangen kann. Danke. Ich hab ja auch überall meine Dirt-Flecken irgendwie Löcher drin, weil irgendwann auf einmal die wieder despawn. Perfekt. Richtig gut, auf jeden Fall. Kann mir zufrieden sein. Ja, dann hab ich hier noch... Nee, ich weiß nie, wie ich das baue. Nicht schlau. Ja. Übrigens, Queen Louie spielt Gary's Mod. Okay. Äh, so, jetzt brauch ich nochmal... ...wirklich keinen... Ach, wer weiß, ich kenne Kakti mehr. Nein, keine. Kürbisse? Ja, Kürben. Wie gesagt, bei mir im Haus. Du bist da so nah dran. Ich bin aber jedes Mal näher am Feld an seinem Haus. Wenn mir das gerade auffällt. Behindert? Also, ja, bin ich aber. Wieso sind hier... Ach, wegen eurem komischen Kaktus, die ihr hingesetzt hattet? Ja. Ich hab die Jagd eingesetzt und ich hab sie jetzt abgebaut. Gesehen. Das ist jetzt einfach ein weiter nach hinten vielleicht? Gut, ich kann sagen... Wahrscheinlich grad voll den Denkfehler da drin. Ich würde dann mit Kishi, wenn er gleich doch noch Lust hat und so weiter, in den Nähter gehen. Kannst machen. Werd ich machen. Hoffe ich doch. Moment mal, hä? Falsch alles, ich baue hier selber alles immer ab. Ein Schneemann, zwei Schneemann. Tür auf, raus, Tür zu. Okay, man kann die Tür nicht wieder zumachen. Toll. Die Tür geht übrigens nicht wieder zu. Welche Tür? Kirschis. Ich kann die Tür nicht zumachen. Hä? Das ist denn das für ein Dreckiger-Server hier. Ich kann die Tür von Kirschi von außen nicht zumachen. Tschüss. Ich konnte überhaupt keine Türen auf und zu machen. Nicht mal abbauen. Beim vierten, fünften Abschlagen die Tür mal ab. Richtig guter Server auf jeden Fall. Danke. Good job, Server. Ich wollte jetzt hier Zauntore reinbauen und da auch. Hier wollte ich noch Dirt reinsetzen, was ich jetzt gerade mache. Dann kommt da noch ein Stück Hecke drauf. Ähm, dann kommt da hin. Achso, dann geht das noch. Achso, so habe ich das gebaut. Dann kommt hier nämlich auch noch ein Zauntore rein. So machen. Ähm. Nachhin. Schöne mit ihr, dann kommt. Moment. Ich habe es für Zauntore mit. Ich müsste, wenn das noch welche in meiner Kiste haben, oder? Nö, okay. Also doch schon, aber nö, okay. Ich habe hier noch die Scheiß-Red-Sonde abgebaut. Scheiße. Jo, hatte ich... Das ist eins. Ah, oh, 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 oh. So soll das dann auch... Verplant. Ähm, da kommt jetzt ein Tor und Trotz. Townsword, genau, Townsword zwischen. Und hier könnte man eigentlich noch eins reinsetzen, aber kann auch erst lassen. Ähm, hm, 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 hm. Erzähl mal, was sind eure Pläne für die nächsten Parts? Äh, gar keiner. Also ich habe keiner, was wir jetzt machen sollen. Ich habe es... ...Mami fertig gemacht, die sowieso übertrieben lang braucht, bis es hier mal Kakti gibt. Und ja... Da ist noch ein Bett hier drin. Äh, vielleicht habe ich gerade drei Eisen-Äxte dabei, warum auch immer. Ich wollte mir gerade eine... Nein, keine Stone-Sparten. Ne, eine Stone-Sparten schmeiße ich mir weg, genauso wie die Holz-Axt. Dann klaue ich mir mal eine Eisen. Stickies habe ich noch zwei, da möchte Stickies auch los. So, dann hol ich das da hin. Der Scheiß kommt weg, wo... Ah, okay. Die Schaufel verbrennt in der Lava. Und ich sammle... Wieso sammle ich denn die jedes Mal wieder auf jetzt? Wahrscheinlich, weil es gerade ein bisschen elektrisch wäre so Schweine. Ja, jetzt ist hier geklappt. Es klappt, Jörg. Du musst es nur hinten in die Ecke werfen. Ja, aber das ist scheiße. Einfach reinschmeißen und nicht... Du fällst aber wenigstens nicht rein. Du kannst vor allem nichts aus dem Inventar rausschmeißen. Du musst alles mit Kuh reinschmeißen. Ja, das ist ja nur für... Das ist doch kacke. Du kannst doch einfach an der Schmiede verbrennen. Ja, genau. Ich wollte nur halt auch an dem Lagerhaus haben. Und das Ding finde ich praktisch. Eben, man fährt nicht so wenigstens. Ich bin nicht praktisch. Ich triff da auch nie rein. Ihr müsst es ja nicht benutzen, aber es ist jetzt nichts, was stört. So, und jetzt werde ich jetzt mal ein paar Schweine starten. Moment, nicht die Babyschweine am besten. Das ist der Kogboot, finde ich. Der kann da mit rein. Dark Oakwood können weg. Standard Oakwood facken auf den Slot. Gut. Das ist der Kogboot.